Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, Lian, ich weiß, dass du hier bist. Ich spiele nicht gerne mit dir in der Killerhütte. Aber du kannst gerne die gute Ballette ziehen. So, der war drauf. Ja, er zieht die gute Ballette. Und ich Stufe 3. Und die andere stirbt gleich im Haken. Ihr könnt die ruhig runterholen. Ich tun die eh nicht. Ich habe es zumindest nicht vor. Aufs Fenster gesprungen. Huh, 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 huh. Ja, ich stelle mich heute wieder an. Hier ist im letzten Moment noch gerettet worden. Den hatte ich noch nicht. Den hätte ich aber gern. Ich versuche hier mal abzukürzen. Hat er umgedreht? Ja, hat er. Da hinten ist er. Ja, Junge, du wirst Stufe 3. Die Palette war nicht echt. Ach dich. Yes. Geht doch. So, mitkommen. Hier ist leider kein Keller. Leider. So, das nehme ich da drüben. Da hinten ist verkackt worden. Da hinten. Okay. Ist die reingehopst? Nein. Hier treten wir mal gegen. Ist schon wieder Tüftler an. Was ist das, was geht? Die geht jetzt retten. Komm ran, Mädel. Hab dich. Gott, der ist durch. Ich war eh klar. Sobald Tüftler angeht, ist es nie mehr so... Wo ist die? Wo ist die jetzt? Da ist sie. Hat sie gut gemacht. Jetzt. Ist aber trotzdem am Boden. Pinkylein. Stirbst du, wenn ich dich aufhänge? Irgendjemand? Nee, die Fänge ist nur lange gehangen. Aber es geht mir noch jemand ab, und zwar die Kate. Ist der da. Ist der da. Ist jetzt definitiv irgendwo da. Gehen. Ach Gott. Was mache ich? Das hat nichts mit Tunneln zu tun. Ich habe gerade wieder unseren aufgehangen. So, komm ran. Ach, du hast den Strike. Passt. Ach, war trotzdem kein Tunneln. Bang. Ich darf nicht mehr hängen. Wo ist denn die jetzt? So viele Spuren. Da ist er. Und dann. Passt. Du musst jetzt aufpassen. Hier ist irgendwo ein Survivor. Deswegen gehe ich da nicht durch. Und dann haben wir mal eine Person aus der Runde. Zack. So, wo ist der Rest? Und hinten. Okay. Hängen geblieben. Nice. Wo? Wo? Ich habe die. Ach, da. Ich habe die Jagdmusik. Ich sehe aber niemanden. Das ist halt auch geil. So, Lian. Das war zu kurz. Harden nehmen. Rausgekitzelt. Da ist wieder ein Schüffler an. Die nehme ich dir jetzt weg. Da ist er. Heile mit Weile. Einen Genal. Dann noch, ne? Ja. Ab dich. Das zieht nicht. Man verarscht nicht den Killer. Ja. Du kannst hierbleiben. Ich werde dich immer wieder finden. Du bist nämlich Stufe 3. Du kommst in die Auslage. Hast du hoffentlich kein Problem mit? Ich brauche immer noch die Kate. Bitteschön. Nein, Harry. Barbecue zeigt mir nichts. Aber das Schock fällt. Da ist jemand gelaufen. Irgendwo dahin lang. Zur Killerhütte. Da ist ja auch die Kate. Nice. Die ist wahrscheinlich richtig gut drauf. Ja. So. Lian wurde gerettet. Schocken wir mal ein bisschen hier. Weg von der Killerhütte. Nur weg von der Killerhütte. Ja, ja. Zieh nach die Palette. Und lauf. Lauf. Ich hoffe, die haben nicht die Totems gemacht oder so. Ja. Ich laufe mal wieder Käse. Da hinten ist die andere. Die Nia. Nia, du hast geleuchtet. Ich habe dich gesehen. Ich glaube, mein Dale müsste ich mittlerweile auch fertig haben. Ja. Wir machen wieder einen Paletten-Stand-Up. Hab dich. Och Gottchen. Süße, du bist jetzt auch tot. Ja. Du kommst mit. Da kann die Kate da rumeiern, was sie möchte. Der Haken hier, der gehört dir. Ach, die wehrt sich gar nicht. Die weiß, dass er tot ist. Sorry. So, die Kate ist da nach oben und denkt, ich sehe sie nicht. Hier ist es da hinten und da ist auch gerade Tüftler an. Na, wenn ich es mal aussuchen kann. Es ist schon zwei. Nehme ich den, der im Generator sitzt. Doch, klar. Okay. Irgendwas ist da gerade schief gegangen. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Die ist nicht mehr echt. Lien. Ach komm, Junge. Hab dich. Da ist er auch schon. Sag mal, Kate spielt super. Die erwische ich nämlich einfach nicht. Und, oh Gott, was war das jetzt? Shiva, was war das? Du schaffst es noch, dass der zur Palette kommt? Ja, natürlich kommt er zur Palette. Bleibt hängen. Was macht der denn? Kate, was machst du? Frage, nächste Frage. Der hat keinen Haken mehr. Kommst du da hinten ran? Schach, ich auch. Weißt du, wo die Luke ist? Ne, kann nicht sein, oder? So, bitteschön. Die ist wieder da oben. Mädel, ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Ich kann dich doch sehen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Zu damit. Sorry, das war jetzt echt Pech. Ich hatte keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht wusste die doch, wo die Luke ist. So, den Ausgang kann ich sehen. Nöte ist aktiv. Das ist geil. Das gefällt mir. Obwohl die sich eigentlich ja den Ausgang verdient hätte. Da nicht. Wo ist sie? Da auch nicht. Sie hat heute halt Pech. Sie weiß nicht, dass ich Nöte habe. Und die Ausgänge stehen echt gut. Und Nöte ist irgendwo am Arsch der Welt. Das. Okay. Ich bin mal ein guter Killer. Wenn ich sie jetzt erwische. Und sie macht keinen Scheiß. Sie ist nach oben. Sie macht keinen Scheiß. Lass ich sie vielleicht raus. Aber. Sieht gerade so aus, als würde sie den Scheiß machen. Ich seh die nicht mal. Ach, da ist er. Jo. Du, das hilft dir nicht. Ich bin jetzt auch noch schneller. Hab dich. So. Ich brauche jetzt einen schönen Haken für dich. Mal gucken, ob ich hier irgendwo einen habe. Schaffe ich es mir dennoch zum Haken? Oder kommt die frei? Ich weiß es nicht. Auch wenn sie frei kommen, weit kommen sie nicht. Ja. Sie kommt frei. Ist ja auch doof aufgesammelt. Oder ist sie da hinten? Ja, sie stirbt jetzt so oder so. Wedel, du stirbst ja so oder so. Was soll ich machen? Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich hätte dich halt lieber aufgefahren. Ich habe, dass du durch den Entitos stirbst. Tschüss, Kate. Du hast mir mein Barbecue gekostet. Das ist doch mein. Schade. Ich hätte gerne mein Barbecue voll gekriegt. Naja. Soll halt nicht sein, ne? Aber unsere Daily haben wir durch. So. Gucken wir mal. Hui. Fast eine Million Blutpunkte. Jetzt sollte ich dann langsam mal was ich da wirklich ausgeben. Zack. Das sah gut aus. Das, was ich das letzte Mal so abgekackt habe mit dem Doktor, aber das ist halt wirklich reine Übungssache. Oh, ein roter Rang. Ich habe einen roten Rang getötet. Yay. Sorry. Das musste sein. Selbstheilung, 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 Selbstheilung. Leute! Haut das Perk raus. Jeder hat Selbstheilung mit. Wozu? Ich verstehe es nicht. Eis in der Wille. Alle haben Eis in der Wille mit. Eis in der Wille, Eis in der Wille, Eis in der Wille, Eis in der Wille. Haben die alle das gleiche Perkbild oder was ist mit denen? Naja. Was sollst du machen? War trotzdem eine richtig geile Runde jetzt mit dem Doktor. Ich hoffe, euch hat es aufgefallen. Lasst gerne ein Daimchen nach oben. Dann lasst gerne ein Kommentar hier. Dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freue ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.